Grüß euch, ich bin der Reisender Peter, Schmiedemeister seit 20 Jahren. Meine Familie ist seit 1646 im Schmiedehandwerk tätig. Und ich fertige für die Firma Angele hochwertige Schmiedewerkzeuge, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Das sind unsere Lochreisen, aus Werkzeugstahl geschmiedet. Gehärtet und angelassen, geschliffen. Die Besonderheit an unseren Werkzeugen, sie haben hinten eine Senkung nach DIN-Norm. Da kann man eben Senkkopfnieten herstellen, Rundnieten oder Vierkantnieten. Wir verwenden das auch als Leere beim Ausschmieden, damit man die verschiedenen Durchmesser nachkontrollieren kann. Wichtig ist, das Werkstück auf dem Lochreisen wird natürlich die Randzonen erwärmen. Und das wird weich werden über die Jahre. Aber man kann es ohne Probleme wieder sauber nacharbeiten. Ansonsten ist an den Werkzeugen keine besondere Pflege notwendig. Ansonsten ist an den Werkzeugen keine besonderen Pflege. Ansonsten ist an den Werkzeugen keine besonderen Pflege. Ansonsten ist an den Werkzeugen nicht ganz Das war's für heute. 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 Das war's für heute.